Ja, danke Herr Draganow für Ihre umfangreichen Studien, die Sie uns vorgestellt haben. Können Sie das vielleicht nochmal auf einen Punkt bringen? Was kann Partizipation den Unternehmen und den Beschäftigten bringen? Wir sehen in den Daten eigentlich relativ gut inzwischen, dass Partizipation den Beschäftigten gesundheit bringen kann. Davon profitiert natürlich nicht zuletzt auch das Unternehmen. Weil aber viele dieser Forschungsarbeiten eben auch aus dem Konvex der Managementforschung kommen, wissen wir, dass Mitarbeiter, die eingebunden werden, die ehrlich und gut eingebunden werden, professionell eingebunden werden, auch produktiver arbeiten, sodass eigentlich beide Seiten was davon haben, wenn es gut gemacht wird. Also kann man sagen, auf der einen Seite kann es dem Unternehmen mehr Produktivität, bessere Qualität der Arbeit bringen und auf der anderen Seite für die Beschäftigten mehr Gesundheit und Wohlbefinden. So kann man das sagen. Zumindest nach der Studienlage, die wir jetzt im Moment haben. Da gibt es doch inzwischen relativ überzeugende Belege dafür. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.